Ich begrüße die Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu einem weiteren Video. In dieser Aufgabenstellung geht es darum, dass wir eine Umlenktrommel haben. Da drin befinden sich zwei Rillenkugellager. Wir haben noch folgende Parameter gegeben. Maximale Gurtgeschwindigkeit, radiale Trommelbelastung, anschließend die Axiallast ist zu vernachlässigen. In der Aufgabenstellung haben wir noch diese Formeln hier gegeben, und zwar einmal für P. Zusätzlich noch nominelle Lebensdauer in Umdrehungen, in Betriebsstunden, noch diese beiden Formeln. Da haben wir so eine kleine Tabelle gegeben mit ein paar Werten. Gesucht ist, reicht die nominelle Lebensdauer von 15.000 Betriebsstunden, gemeint ist von diesen Lagern. Jetzt klären wir zunächst mal auf, wie gehen wir in dieser Aufgabe vor. Als allererstes bitte ich euch im Tabellenbuch dieses Mal, Tabellenbuch Metall, im Stichwörterverzeichnis, nach dem Stichwort Rillenkugellager zu suchen. Wir müssen jetzt mal klären, was bedeuten diese beiden Formeln eigentlich. Dort, das führt uns dann zu einer Seite, wo wir diese beiden Formeln auch finden werden. Dort haben wir auch so kleine Informationen, wie zum Beispiel L10 steht für nominelle Lebensdauer in Umdrehungen. Das heißt, das hier, wenn wir dieses Ergebnis haben, dann haben wir das Ergebnis in Umdrehungen. L10H steht für nominelle Lebensdauer in Betriebsstunden. Das heißt jetzt für uns, wir müssen eigentlich diese Formel benutzen, weil gesucht sind ja, wie viele Betriebsstunden wird das Lager aushalten. Bedeutet, zuallererst brauchen wir L10, wie wir sehen, also müssen wir diese Formel hier quasi benutzen. Fangen wir nun mal an. Ich schreibe zunächst mal die Formel hin, und zwar L10 gleich C durch P, anschließend hoch 3, hoch 3 mal 10 hoch 6. Nun fangen wir mal an. Wofür steht eigentlich C? Steht zum Beispiel in der Aufgabenstellung nicht. Das heißt, ihr guckt wieder auf der Seite, wo diese Rillenkugellagerberechnungen sind in den Informationen, und ihr findet heraus, dass man C, es steht auch für, steht bei euch geschrieben, dynamische Tragzahl. In dieser Tabelle, die wir gegeben haben, haben wir tatsächlich hier zum Beispiel steht dynamische Tragzahl von den Rillenkugellager. Das heißt, diese müssen wir einfach nur ablesen. Für welche entscheiden wir uns nun? Das hängt davon ab, was wir für ein Rillenkugellager haben. Wir gucken dafür in der Anlage 2, und zwar Anlage 2 ist ja für alle Ausgangssituationen. Dort haben wir dann gegeben, dass wir Rillenkugellager haben, und zwar DIN 625 6304. Jetzt können wir hier wieder gucken in dieser Tabelle. Das heißt, wir haben aus dieser Reihe 6300 einige dieser Werte, also eine dieser Werte müssen wir entnehmen. Wovon hängt das ab? Naja, das hängt vom Durchmesser ab. Ihr könnt bei euch im Tabellenbuch schauen. Dort findet ihr eine viel bessere Tabelle, und dann habt ihr hier vorne rechts daneben stehen, und zwar steht da einfach Basiszeichen. Und dann steht da irgendwas mit 6304, 6305 und so weiter. Da findet ihr unseren Rillenkugellager, und zwar wir brauchen 6304. Dieser, findet ihr dann heraus, hat tatsächlich den Durchmesser 20. Das heißt, wir müssen aus dieser Reihe hier die 17,3, jetzt die Einheit bitte nicht vergessen, Kilo Newton herausfinden. So findet man das dann quasi heraus, mithilfe des Tabellenbuches. Gehen wir nun weiter, das heißt, C haben wir jetzt in diesem Fall. Ich schreibe 17300 Newton hin, das teilen wir durch P. Nun, P haben wir hier gegeben, und zwar, wir haben diese Formel dazu. x mal f r plus y mal f. In dem Tabellenbuch steht alles beschrieben, wofür x steht, wofür y, f r und f. Diese Formel benötigen wir aber nicht, denn. In der Aufgabenstellung steht, dass die Axiallast ist zu vernachlässigen. Wenn wir direkt darunter schauen, haben wir in der Prüfung einen Satz geschrieben, dass P gleich groß f r ist, wenn keine axiale Belastung vorliegt. Und das steht ja in der Aufgabenstellung, keine axiale Belastung. Somit müssen wir P nicht ausrechnen. Wir können sofort sagen, P ist genauso groß wie f r. Und wie groß ist f r? Naja, f r steht für radiale wirkende Kraft. Hier in diesem Fall radiale Trommelbelastung. Ihr seht, f r ist gegeben mit 2943. Ich zeige mal hier vorne, anhand einer Skizze, was ist eigentlich radial, was ist axial. Und zwar, wenn wir diese Trommel zum Beispiel hier so haben, dann wäre die Radialkraft so drauf wirkend, f r. Axialkraft wäre dann quasi in dieser Richtung, das wäre jetzt f a. Wir haben keine Axialkraft, somit wir haben nur Radialkraft. Nun gehen wir weiter. Gesucht ist ja P. Wie groß ist P? In dieser Stelle ist, würden wir ja sagen, P ist gleich groß f r. Man kann jetzt hier eine kleine Nebenrechnung auch machen, zum Beispiel. P ist gleich f r. Und f r ist ja jetzt in diesem Fall 2943 Newton. Jetzt dürfen wir diesen Wert hier aber noch nicht einsetzen. Weshalb nicht? In der Aufgabenstellung geht es darum, dass wir zwei Rillenkugellager haben, in dieser Umlenktrommel. Gemeint ist folgendermaßen, ich mache mal hier unten eine kleine Skizze. Und zwar haben wir dort einmal eine Welle, oder ich mache mal hier diese. So, wir haben ein Stahlrohr. Wenn ihr euch die Anlage 2 in Ruhe anschaut, dort ist das viel schöner dargestellt. Wir haben hier ein Stahlrohr. Dann in der Mitte haben wir anschließend eine Welle. Und hier vorne an dieser Stelle befinden sich dann die Lager. Und zwar hier so kann ich das mal zeichnen. Genau hier so. Zwei Teile. Die Lager sind auch verbunden mit Hilfe einer Seitenscheibe. Ich teichne das mal hier so. Somit, wenn sich die Welle, das Rohr sich dreht, dann würde sich auch hier dieses Lager drehen. So sieht es aus. Nun, insgesamt hier auf dieser Trommel haben wir dann ein Paket. Und dieses Paket bewegt sich uns entgegen quasi in unserer Richtung. Jetzt nicht seitlich, sondern uns kommt es entgegen. Gut, also, wir wollen ja die Lebensdauer eines Lagers berechnen. Und die Radialkraft dieser Trommel an sich wird insgesamt mit 2943 Newton aufbringen. Das heißt, wir müssen das geteilt durch zwei machen, weil wir haben ja hier zwei Lager. Im Endeffekt wirkt nur 1471,5 Newton. Diese Kraft wirkt nur auf ein Lager. Das ist das, was wir machen müssen. Anschließend tun wir jetzt hier die Klammer drumherum. Dann hoch 3 mal 10 hoch 6. Jetzt geben wir diese Werte im Taschenrechner ein. Und das zeige ich euch auch. Oder ich schreibe zunächst mal den Wert. Es kommt ein sehr langer Wert und zwar 1, 6, 2, 5, 0, 1, 5, 5, 0, 9. Zeige ich euch jetzt, wie man das auch im Taschenrechner eingibt. Als allererstes machen wir hier Klammer auf. Dann hier, opala, ich habe jetzt Doppelklammer auf. Dann das hier. Wir geben oben ein 17.300. Gehen wir nach unten. Dort geben wir 1471,5. Klammer zu. Hoppala. Jetzt um die Klammer zuzumachen, müssen wir 1 nach rechts gehen. Jetzt können wir Klammer zu machen. Dann gehen wir hier oben auf x hoch dieses Kästchen und tippen dann 3. Jetzt sehr wichtig, bitte mit dem Pfeil nach rechts, damit der von dieser Hochzahl runterkommt. Denn die Formel lautet nicht hoch 3 und hoch 10 mal 6. Sondern ganz einfach jetzt mal das Ergebnis davon. Und 10 jetzt wieder auf x und mit dem Kästchen hoch 6. Geben wir Gleichheitszeichen. Und da erhalten wir halt unser Ergebnis. Das zu der Vorgehensweise. Nun haben wir jetzt ein Ergebnis. Was tun wir damit? Das setzen wir in unserem Fall hier vorne in dieser Formel. Denn das suchen wir ja. L10h. Ich schreibe die Formel erstmal hin. L10h. L10 geteilt durch 60 mal n. Gut, L10 haben wir. Jetzt ist die Frage, wir suchen die Drehzahl von dem Lager. Jetzt, falls ihr die Drehzahlformel nicht kennt, könnt ihr auch im Stichwörter verzeichnen. Das ist in dem Tabellenbuch natürlich wieder Metall. Stichwort Drehzahldiagramm. Das führt euch dann zu einer Seite, wo ihr halt die Drehzahl gegeben habt. So kann man die ausrechnen. Ich mache mal hier die Rechnung. Opala, n. Nicht Wirkungsgrad. n ist VC geteilt durch Pi mal D. Nun haben wir die VC-Werte gegeben. In der Aufgabenstellung steht hier vorne, dass die maximale Gurtgeschwindigkeit 1 Meter die Sekunde beträgt. 1 Meter die Sekunde. Jetzt müssen wir hier halt aufpassen. Und zwar folgendermaßen ist es gedacht. Ich zeichne mal hier vorne diese Trommel mal Seitenansicht. Und zwar hier oben. Also hier haben wir dieses Stahlrohr. Hier drinnen ist unsere Welle. Und auf unserer Welle, da befindet sich ja unsere Lager. Ich mache das mal hier so in grün. Diese beiden Lager befinden sich dann hier so drauf. Wir haben jetzt die Geschwindigkeit von der Trommel gegeben. Und zwar mit einem Meter die Sekunde. Das heißt jetzt, diese Trommel gemeint ist das hier. Und ihr wisst ja, dass das Lager mit der Trommel ja verbunden ist durch diese Seitenscheibe oder so. Das heißt, wenn sich unser Trommel quasi eine Umdrehung macht, dann würde auch unser Lager eine Umdrehung machen. In diesem Fall berechnen wir die Drehzahl der Trommel, weil wenn sich die Trommel dreht, dann würde sich auch unser Lager nur dreimal drehen. So kommen wir quasi an die Geschwindigkeit. Denn wir haben die Geschwindigkeit der Lager nicht, der Rillenkugellager, sondern wir haben die Geschwindigkeit gegeben von der Trommel. Deswegen müssen wir, warum ich euch das erzähle, ist folgendermaßen, wir würden hier vorne die Meter in Millimeter umwandeln, geteilt durch Sekunde, anschließend Pi, jetzt mal. Jetzt müssen wir halt hier aufpassen bei dem Durchmesser. Ihr könnt nicht den Durchmesser des Lagers eingeben, weil wir nicht die Geschwindigkeit des Lagers kennen, sondern die Geschwindigkeit der Trommel. Aus diesem Grund müssen wir halt herausfinden, wie da in Anlage 2, da könnt ihr mal schauen, in der Zeichnung findet ihr heraus, dass diese Trommel hat einen Durchmesser von 203 Millimeter. Und jetzt können wir Millimeter und Millimeter halt kürzen, geben diese Werte in den Taschenrechner ein, finden heraus, dass wir hier eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 94,08 Umdrehungen... Ach nein, jetzt habe ich was vergessen. Genau, bevor wir diese Werte im Taschenrechner eingeben, müssen wir eins beachten. Ich bitte euch wieder auf der Rillenkugelseite zu schauen. Und zwar habt ihr dort ein kleines Indiz. Dort steht, dass die Drehzahl bei euch n, Drehzahl in Umdrehung pro Minute gegeben ist. Das heißt, wenn wir diese Drehzahl so lassen, wäre der Wert pro Sekunde. Ihr seht ja hier, haben wir ja pro Sekunde. Also müssen wir einfach mal 60. Ihr könnt euch ja in Ruhe auch dieses Beispiel anschauen, was dort in der Tabellenbuch angegeben ist. Dort berechnen die auch mit Umdrehungen pro Minute. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Wir tun mal 60 und somit haben wir hier jetzt Umdrehungen pro Minute. Am Ende kommt der Wert von 94,08 raus. Umdrehungen pro Minute oder man kann auch eine 1 hier oben hinschreiben. Diesen Wert müssen wir dann hier einsetzen für die Drehzahl. Ich will auf etwas hinweisen. Und zwar in der IHK-Lösung stehen genau diese Werte auch mit 1000 geteilt durch Pi mal 203 und mal 60. Die haben dort aber eine Lösung von 95,49 rausbekommen. Das haben die rausbekommen, weil die sich hier beim Taschenrechner eingeben vertippt haben. Die haben hier ganz einfach anstatt 203, die haben hier den Wert 200 eingegeben. Und das kann ich euch auch mal zeigen. Also ich denke, dass das quasi daher ist, weil die haben genau das gleiche, was wir hier haben mit 1000 geteilt durch Pi mal 203 anschließend mal 60. Und dann kommt halt der Wert 94,08. Die haben aber hier anstatt 200, die haben anstatt 203, haben 200, glaube ich, eher eingetippt. Und dann kam halt, dann kommt dieser Wert 95,49. Damit haben die halt weiter gerechnet. Ist jetzt nicht so tragisch. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, falls ihr euch fragt, woher kommen die 95 in der Lösung. Nun können wir diesen Wert jetzt hier oben tatsächlich auch einsetzen. Dann sind wir auch schon fertig. Wir tun hier L10H, also wie viele Lebensstunden das sind, ausrechnen. Wir tun hier geteilt durch 60, denn der Wert ist ja hier mit pro Minute gegeben. Und wenn wir geteilt durch 60 haben, kriegen wir den Wert pro Stunde heraus. Deswegen mal 94,08 Umdrehungen pro Minute. Wie gesagt, weil wir hier geteilt durch 60 gemacht haben, kriegen wir Wert in Stunden. Und das sind dann insgesamt 283.627,52 Stunden. Somit haben wir herausgefunden, dass diese Lager vollkommen ausreichen. Wir benötigen ja für die Aufgabe nur gerade mal 15.000 und die können 300.000 schon fast aushalten. Ich hoffe, ihr konntet mir hier wieder folgen. Ich bedanke mich weiterhin vom ganzen Herzen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.